Richtig! Man muss den neuen Menschen auf neue Weise schaffen. Aber was kann sie retten? Wohltätigkeit, Moralpredigten, darüber lachen Sie und wir. Der befreite Mensch wird seine Inzinte auf die Höhe seines Bewusstseins heben. Der befreite Mensch wird so einen höheren gesellschaftlich-biologischen Zyklus den Übermenschen schaffen. Du sollst deine Kinder im Geist des Friedens zu allseitig gebildeten, charakterfesten und körperlich gestellten Menschen erziehen. Das sind junge Menschen, die Gambler westdeutscher Prägung nachahmen. Sie haben lange, zottige Mählen und schminken zehn Meter gegen den Wind. Meine Eltern waren einverstanden. Der kann ruhig weg. Ich war ein Problemkind. Der muss ins Heim. Anders geht es nicht. Dann haben die mich abgeholt. Die Sachen waren von meiner Mutter schon gepackt. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Der Sternefühl war jedenfalls weg. In der Familienrechtssache des minderjährigen Andreas Richter wird die Heimerziehung angeordnet. Und immer, wenn ich wieder in das Heim zurückkam, habe ich erst einmal geweint. Tierisch geweint. Da war so eine Art Aschewahnplatz, aber aus Kohlensplitt. Und wenn man da gefallen ist, hat man sich sämtlichen Knochen aufgestanden. Und irgendwann habe ich mich geweigert. Da packte mich die Erzieherin in die Haare und hat mich über diesen Platz gezogen. Antreten! Die Einzelhafte war das Schlimmste. Das macht den Wahnsinn. Gibt es mal gesagt, hat nur der Kirche hilft das Recht, sein Platz zu beantworten. Es hat unbedingt gewonnen. Die Erzieherin sogar hat noch Todschläger. Es wurde dort in die Schlagen, wo man sich sieht. Der Jugendliche hat enorme Probleme mit den Normen und Pflichten unserer sozialistischen Gesellschaft. Das Erziehungsziel wurde nicht erreicht. Das haben wir hier in der Schlagen. Die Verb overextreit hat viel Gefffnung. Wir werden heute Wasser på nur und vier Paar den Parken der Select suscriizeit,